Hallo liebe Freunde, hier ist der Elle, direkt live aus Lima und ich möchte euch ganz lieb grüßen. Ich habe eben erfahren, dass in Berlin heute Nacht minus 21 Grad sind und deshalb habe ich an euch gedacht, um euch ein bisschen den Abend zu versüßen, weil das ist ja echt scheiße und kaffee, dass ihr das überlebt. Hier in Lima sind heute glaube ich 30 Grad und es gibt ja auch ganz viel Eis, allerdings nicht auf der Straße, sondern in Form von Schokolade, Mango, Erdbeer, Lukuma und ja, ich hoffe, damit kann ich euch ein bisschen den Abend versüßen. Hier gibt es die leckersten Eissorten, es gibt Torten in rauen Mengen, sucht euch einfach was aus, ich schicke euch das rüber. Und zwar haben die ja hier einen Torten-Facebook-Dienst, müsst ihr euch anmelden, kostet 5,30 Euro im Monat und die Torte kommt direkt aus dem Computer. Es gibt hier noch Schokolade, Torta di Chocolat, es gibt Miljojas de Chantilly, was auch immer das ist. Es gibt Selva Negra, das schmeckt ganz lecker, das ist mit einer Creme aus ein bisschen Gerödel mit ein bisschen Claradats zusammengemixt. Tres Leches, tres heißt, tres Leches heißt drei Milchs, so, Leche condensada, Condensmilch, Leche fresca, Erdbeermilch und Crema de Leche, also Sahne, ja. Es gibt hier noch Trophitas, kann man nicht so richtig sehen gerade, hier gibt es noch Erdbeertorte, Mousse de Piña, Meringue. Mousse de Piña de Meringue. Mousse de Piña con Meringue. Ah, con Meringue. Con Meringue. Okay, yo filmo. Mit einer Base de Cocos. Ah, okay, also unten ist Cocos, oben ist Piña. Cocos. Cocos. Frutat. Si, Piña ist Ananas. Si. Und das ist der Hammer, Leute, das ist Creme mit Condensmilch, extrem süß. Ja. Also, Freunde, ich hoffe, ihr schafft das, minus 21 Grad, ist ja echt heavy. Äh, hier gibt es noch eine Torte mit lecker Erdbeeren und zwei Figuren aus Beton. Also, ich weiß, das tut jetzt weh, aber es möchte euch anschauen. Und zwar hier sind Palmen und es ist blauer Himmel. Mein Bus fährt gerade vorbei, ich komme zu spät zur Arbeit. Also, seid lieb gegrüßt. Ähm, ich vermisse euch. Okay, bis bald. Euer Ille. Ciao.